Ha! Meine Opfergabe! Nice. Ich hab mit Jain gleich auch schon fast alles weg, ey. Da muss ich auf Ashley wechseln, aber ich hab mit ihm bis jetzt nur Schrotz-Perks. Ist doch egal. Ja, ihr seid auch eigentlich wirklich. Hast du halt mal ein paar Runden, wo du Kack-Perks hast und stirbst, mein Gott. Ja. Ob ich jetzt gute Perks hab oder schlechte Perks sterben, tue ich so oder so. Ja, aber ich weiß generell, ob du jetzt mal ein paar Runden stirbst oder nicht. Ist ja nicht so, als würden wir eine Don't Die Challenge machen. Äh, doch. Weil man die auch wirklich gut Don't Die Challenge nennen könnte, ne? Weil es geht ja darum, möglichst nicht auf Die zurückzufallen. Das ist absolut richtig, ja. Hock in! Mit diesem Labor. Okay. Direkt mal nach oben. Ja. Nein, ich will nach oben. Das ist immer ein Totem. Oder meistens ein Totem. Ja, mich interessiert nur der Jen. Finger weg vom Totem! Hier steht auch eigentlich immer ein Jen. Ja, ja, immer. Da oben steht immer einer. Lötchen zu finden, ist das, das ist das. Huch! War das schon immer so laut? Äh, ich glaube, ich bin zu blöd. Hier oben steht ne... Ach hier, lol. Hier oben steht ne Palette? Okay. Ja, manchmal. Das doofe an dem Jen ist hier, wenn der Killer hereinkommt, kann er dich einfach wegblocken. Ah, hier ist der Totem, äh, das Totem. Ja, aber normalerweise ist das oben immer ein Safe-Gen. Also der Killer läuft den oben meistens nicht ab. Nach oben gehst, nach oben gehst eigentlich nur, wenn da halt mal ein Survivor in der Chase nach oben rennt. Meistens, aber Vorsicht! Ich mach nochmal kurz die Kiste hier auf, ich bin auch noch oben. Oh, ist das Schwein oder was? Oh, es ist Ghostface. Ghostface ist das. Das ist natürlich scheiße. Ich weiß nicht, wie ich gegen Ghostface spielen soll. Ja, ja, ja. Ich kann das einfach nicht gegen den spielen. Ah, kenn ich. Ich hasse den. Ich hasse den. Ich hasse den. Ich hasse den. Oh, Majos und Ghostface sind richtig schlimm. Doktor und Spirit hasse ich auch. Also, ich muss sagen, ich bin auf jeden Killer nicht so gut zu sprechen. Und wie viele Paletten sie schon weggehauen hat. Ich wollte grad sagen, also eigentlich sterbe ich gegen jeden Killer, egal was der spielt. Alter, jede Palette liegt schon fast. Hier in der Mitte die beiden. Die besten Paletten sind schon weg. Oh, hier ist noch ein Ohr. Ah, ich hab zwei Totems gemacht. Jetzt kann ich in Ruhe sterben. Uff. Ich bin hier praktisch in den Rücken gelaufen. Ah! Der hat mir den Weg abgeschnitten, du. Ah. Ah. Kacke. Was machen die anderen beiden? Okay, der eine läuft da verletzt rum. Der andere steht im Schrank die ganze Zeit. Ich sitz oben am Solo-Gen. Ja. Ich weiß nicht, wo... Oh, ich hab Terror-Radius. Oh, er bringt dich zu mir. Ja. Kommt der zu mir oder läuft der weg? Also, ich seh ihn. Ich hab einen Verwandt dabei. Ja. Ja. Er läuft weg. Mhm. Ja, ich hol dich. Lass mich direkt mal hoch. Ich weiß nicht, ob das clever ist. Er hat halt keinen Terror-Radius, ne? Aber... Mhm. Auf jeden Fall keinen großen. Aber der hat da hinten eingeschlagen. Okay. Oh, wow. Das liegt direkt hier. Ja. Ich seh schon. Aber das ziehen wir jetzt schnell durch. Mhm. Ja. Er läuft weg. Soll ich da hin? Wenn du willst, ja. Dann guck ich schon mal nach dem nächsten Gen. Ja. Ja. Ja, was denn jetzt? Ja, halt halt still. Ja, dann nicht. Dann nicht. Die ist behindert. Die Chlorette ist behindert. Okay. Ja, willst du jetzt geheilt werden oder nicht? Ah, die ist behindert. Hm. Das sieht nicht gut aus. Ne, das sieht absolut nicht gut aus. Kannst du da mal hingehen? Wir sind jetzt hier zu zweit am Jam gleich. Da steht einer, ja. Ja, kann ich machen. Aber jetzt kommt er genau zu uns, oder? Ne, er geht in deine Richtung. Ja. Hat er dich gesehen oder gehst du dahin? Ne, der hat mich nicht gesehen. Ich bin auf dem Weg dahin. Claudette ist auch auf dem Weg. Ja, er hat Claudette gesehen. Okay. Dann gehe ich jetzt dahin. Oh Gott. Ey, ich dachte, die Claudette ist zu behindert. Hm. Die dreht sich auf der Stelle die ganze Zeit nur im Kreis. Die ist dumm. Oh Mann. Ah, die Runde kannst du schon vergessen. Ja, ja. Das kannst du absolut vergessen. Der geht zu dir. Ja, ja. Was soll ich machen? Ja, klar. Ich hatte hier keine Chance wegzulaufen. Ja, der hat sich sterben lassen. Ja, der hat sich sterben lassen. Oh, ich... Für mich... Ich kenne mich hier einfach... Ich kann hier tausendmal durchlaufen, ne? Ich werde mich hier nie auskennen, irgendwie. Und das hier? LOL! Ich war so weit vom Fenster weg! Wo ich liege, Alter! Ey! Ich liege an der Wand auf... Bei der Wand an der anderen Seite! Was war das für ein Hit? Der hat den Perk, dass wenn er einen aufhebt, dass die nicht reparierten Gents blockiert werden. Tollst. Konnte ich da nicht drangehen. Er hat einen... Bullshit-Hit. Eieiei. Bestimmt ein Russe oder so. Meinst du, der hat einen leckeren Ping? Jo, hat er. Aber... Sowas von. What the fuck? So, stimmt. Die Glühfe habe ich fast vergessen. Ich bin so dumm. Oh ja... Er tunnelt mich. Ähm... Okay. Blöd. Ah, ich wollte gerade fragen, was macht die LED eigentlich die ganze Zeit? Die ist jetzt gerade an den Django gegangen. Äh... So, jetzt muss ich auch erstmal einen finden. Ich weiß gerade nicht, wo er ist. Ich habe keinen Terror-Radius. Aber das heißt ja nichts. Hm. Hm. Er ist jetzt wieder hinter mir her. Ja. Okay. Geil. Guck mal. 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 Aber trudeln über alles. Mhm. Er geht hinten hoch. Ach, ja. Der Tritt der the Gen, der hat den Gen hoch, äh, weggetreten, wo er stand. Ja, jetzt müssen wir gucken. Ach! Der Gen hatte ich fertig gemacht. Das wird ja nicht mehr. Nein, wird auch nix. Am besten du versteckst dich, ich lasse mich töten. Da ist er nur noch drin. Ja, ich geh hinterher, Vorsicht. Lass mich! Das wird bestimmt helfen, sag ihm das nochmal. Mach ich. Wo kommt der jetzt? Da, ja, genau von da, alles klar. So, dann such mal die Luke, ich weiß nicht, der wird... Mal gucken, was der machen wird. Oh, also ich sehe ihn nicht. Ich werde ihm jetzt eh in die Arme laufen, aber was soll ich machen? Aha. Luke ist ja leider auch noch nicht gespawnt. Ne, ne. Vor allem, er kann sich halt einfach hinter einer Ecke oder so verstecken. Ja. Weil er hat halt keinen Terrorradius, das ist halt mega assi hier auf der Map. Ja. Das ist eine richtig gute Map für den, ne? Ja, ja. Auch als der Schwabbel den seinen Jumpscare-Meyer gezockt hat, ne? Auf dieser Map, das war das einfach so abartig. Ja, der auf Hawkins oder Larrys oder sowas ist der halt einfach OP. Okay. Oh, leu. Ich hab... Der kam um meine Ecke, hat mich sofort weggekloppt, ne? Ich hab nichts gehört. Okay. Okay. Hm. Ich hab nichts gehört. Ja. Ja. Weiß der, dass ich hier oben bin? Ich weiß nicht. Ja, der kommt hoch. Nee, kommt der nicht. Nee? Der hat mich nicht gesehen, ne? Das war ne Kackrunde. Jetzt hat er mich gesehen. Peace. Komm schon, Luke. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Kann die eigentlich auch oben sein? Nee. Ne, ne? Oh, mies. Oh, kacke. Keine Luke. Ah. Hui. Nice. Ah. Das war's. Schade. Oh, helf mich halt auf. Oh, Junge. Das war jetzt so ne Zeitverschwendung, ne? Los mit dem. Oh, hast du gesehen, wie der am Leggen war? Ja, ja. Das ist aus, als wäre er so ein bisschen übers Geländer gesprungen. Ähm. Wofür 20? Ach. Never. Äh. Äh. Ein festeres Potenzial. Die Aura eines jenen Überlebenden innerhalb eines Rales von 48 Meter. An jeweils zur Aktion ausführt. Auch noch Consolero. Kann ich die nicht mehr beleidigen. Hahaha. Und ja, die drei Ghostface Perks. Äh. So, drei Totems noch. Ich brauch noch drei Glyphen. Boah, das mit den Glyphen war auch so nervig, ey. Die eine habe ich weggemacht, weil das einfach so lange dauert. Ich habe nie eine gefunden. Okay. Geil. Und ich habe noch nicht eine vernünftige Runde gehabt. Einmal Farmrunde und, komm Ghostface sind einfach keine vernünftigen Runden. Ja, das stimmt wohl. Oh. Hör auf zu labern, Alter. Äh. Och Gott, das nervt doch nicht. Boah, die Jui, die sieht immer so krank aus, ne. Also, ich weiß nicht, äh, so ab... Im Gesicht sieht das immer so abgemagert komisch bei der aus. Hm. Jetzt nicht wieder auszusehen mit Ashley die Runde starten hier. Hahaha. So schön ohne Perks. So. Ja, ist halt alles scheiße hier. Mal sehen. Vielleicht kommt ja jetzt eine Runde, das wäre doch toll. Was denn? Eine gute Runde wäre toll. Oh ja. Ja. Nö. Lieber so wie gerade. Muss nicht unbedingt sein, ja. So wie gerade passt schon. Ist schon okay. Wuppeldiwuppeldiwuppeldiwuppeldiwuppeldiwuppeldiwuppel. Was ist los Rafiki? Der modzt hier, das modzt du Rafiki. Was modzt du hier so rum? Was ist denn los? Du warst rumschimpfen. Oh ne, ich will nicht... Leute, einfach in einer ein Splang, wie das Ding. What the fuck? Bitte. Junge. Direkt auf die Straße vor allem. Oh, da ist er da hinten. Ja, sicher. Der Clown, glaube ich. Ich mein den Killer. Ja, ja. Ja, der Spon... Ich hab gefühlt, sponnt der Killer immer auf die Straße, wenn es eine Straße gibt. Da kommt er. Ja, es ist der Clown. Der ist rechts von uns. Irgendwie hat er zurückgelaufen anscheinend. Ja, da macht er eine... Der kommt rechts von uns. Ja. Wo ist der? Da kommt er. Ja. Ich wusste, dass wenn er sieht, dass zwei vom Gen weglaufen, dass ich mich dahinter mit dem Gen verstecken kann. Ja, ja. Alter, ich hab Leertaste gespampt. Ne, der macht da nix mit der Palette. Junge. Ich konnte ihr durch die Palette durchlaufen, habt Leertaste gespampt. Der hat nix gemacht. Okay. Er kommt zurück zu euch. Vorsicht. Oh, er hat... Oh, von der anderen Seite. Oh, ey. Lässt er wenigstens liegen. Ist schon wieder mega nice. Und tunnelt sich nicht weg. Ja, ja. Lässt mich liegen. Der ist weg. Okay. Immerhin das. Ja, ey. Wir brauchen mal ein Glück. Weißt du, die Mac, die hat sich auf der anderen Seite versteckt wie ich. Wer da von der anderen Seite kommt, hätte er sie sofort gesehen. Und nicht mich. Ebt sie dich auf? Ja, ja. Dumm, ey. Oh, oh. Oh, oh. Ach, ja. Er ist immer noch hinter mir, Herr. Ja, wir haben jetzt gleich einen Gent fertig. Nein! Das hat der jetzt gut gemacht. Mehr ging nicht. Okay. Gucken wir gleich mal, wo die andere ist. Weil wir beide sind jetzt hier wieder am nächsten Gent dran. Ach, die Jui ist doch nicht die Mac. Ach, die... Okay, die scheint zu dir zu wollen. Ja. Sind halt alle hier hinten. Ich meine, das kann man jetzt verstehen. Ja, wenn mir jemand, der beim Haar gerade gehangen hat, mir vor die Füße läuft, dann hau ich ihn halt auch um. Aber ich lasse ihn dann halt liegen, weißt du. Das mache ich als Killer dann auch. Okay, wo ist der hin? Wahrscheinlich zurück zum Haken? Nee. Die Mac schreit irgendwo. Ach, da. Oh, direkt hier am Haus. Ich möchte das eine Totem wenigstens mitnehmen. Dann kann ich in Frieden sterben. Hier, das Totem. Das will ich haben. Wo hängt er so auf? Kommt der zurück? Der kommt zu mir. Ja, der geht wahrscheinlich oben. Der denkt wahrscheinlich, ich bin an dem Jen dran. Ja. Bin ich aber nicht. Weiß schon wieder nicht, wo er ist. Der ist oben, ne? Dann hole ich die jetzt eben runter. Ich sitze jetzt an dem Jen. Kommt von irgendwo da. Ah, Kacke. Captain Astro. Man lässt er liegen. Mhm. Wer ist jetzt hinter mir her? Okay, sie soll sich erstmal hochrecovern. Sollte hier weg. Ah, klar. Er ist nicht mehr hinter mir her. Ah, jetzt hebt er aus. Ah, mies. Er hat aufgehoben. Ja. Ja, er kommt zu dir. Alter, diese Hits. Hast du BT dabei? Nee, nee. Ich brauche eine Palette. Hä, wo geht er hin? Oh. Ja, moin, Claudette. Lol. Er ist aber schon ein Tunnler. Der hätte jetzt auch mir hinterher gekonnt. Aber er will die Claudette. Mal sehen, was er macht. Ach, Claudette. Er will die Yui. Naja, jetzt kommt er hier hoch zu uns. Okay. Okay, dann ist er wenigstens gut. Ich hätte eher abhauen müssen, ey. Aber ich habe gedacht, der tut halt irgendwie. Ja gut, du siehst ihn halt trotzdem laufen, ne? Geht. Ich will nochmal oben zum Gen, ich hatte den schon, weiß ich nicht, 60, 65%. Ich hasse das, ey. Ich kenne mich auf den Maps nicht gut genug aus, um zu wissen, wo Paletten stehen. Ja, das kommt mit der Zeit. Ich habe bei der Map hier auch mega die Probleme damit. Nein, jetzt trittern, mein Gen. Hör auf damit. Mit Popgoes the Riesel. Och, nö. Aber die anderen müssten auch noch an einem dran sein. Ne, die heilen sich. Sind die im Keller? Ja, sieht so aus. Kannst du mich eben kurz heilen? Ja. Obwohl, ich hätte dich erst heilen sollen. Du bist dead and hook. Na, kommt er. Meine Scheiße. Tut mir leid. Alles gut. Vorsicht, komm da weg, Marcel. Ah, von da oben. Lauf weg, lauf weg, lauf weg. Äh, bin dabei. Von da oben hat die jetzt nicht gerechnet. Ah. Als ob der... Wow. Nein. Als ob der nicht mir den Weg abschneiden will. Alter, ich trau den Killern einfach zu viel zu. Jeder normale Killer. Nee. Vielleicht hat er ja gedacht, ach guck mal, der denkt eh, ich will den mir den Weg abschneiden. Ja. Das mache ich jetzt nicht. Ja, was denn? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Nur weil der dir nicht den Weg abschneidet, heißt ja nicht, dass der nichts im Kopf hat. Das ist glaube ich zu früh, Jui. Oh Mann, das ist zu früh. Das war zu früh. Ich kenne mich auf der Map hier halt eben auch echt nicht gut aus. Das ist das Problem. Ich will so eine Map, auf der ich mich relativ gut auskennen. So was wie hier diese Waldmaps halt da, weißt du? Ja, 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 sowas. Ja, ja, sowas. Ja, komm. Scheiße. Da aufplatzen lassen. Kacke. Mein Gen da oben ist bestimmt wieder auf Null jetzt. Scheiße, ey. Ich versuch da mal hinzukommen. Ich gehe mal in den Schrank. Alter, der hat in den Schrank neben mir geguckt. Oh, er hat mich gesehen. Das war es mit mir. Scheiße. Der Gen war schon fast fertig. Jetzt kommt er wieder hier hoch. Ja, ich laufe hier hoch. Es tut mir leid. Alles gut. Ich kriege den fucking letzten Gen nicht an. Und ich brauche noch irgendwie ein Medikid oder eine Truhe. Irgendwie sowas. Ich sitze wieder an dem Gen. Hoffentlich führt die den ein bisschen weg. Wo liegt die? Da, okay. Ich weiß nicht. Ich sehe, ach da. Jan ist jetzt gleich fertig. Ja, okay. Ich bin direkt an dem Tor. Ich versuch's einfach mal. Siehst du mich? Äh, nee. Ich weiß nicht, an welchem... Ach doch, da hinten bist du. Da wohnt jetzt... Okay, ja, ja, okay. Oben, ob du... Kommt da einfach hin. Das Tor ist gleich auf. Obwohl, die hängt. Die hängt, ja. Ja, wir müssen sie retten. Ja. Hol sie. Der ist weit weg, der Clown. Hol sie schnell. Und dann lauf zu mir. Ja. Und versuch zu tanken. Hier, 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 hier. Äh, die ist nicht angehittet. Warum ist die nicht angehittet? Ach so. Vielleicht hat die Adrenalin. Kann sein. Okay, das sollte gut gehen. Ja, außer er hat nöt. Ja. Geht aber trotzdem. Ja. Nice, haben wir noch rausgekommen. Ja, dass wir da noch mal rauskommen, das hätte ich nicht gedacht. Das sah lange sehr kacke aus, ey. Ja, oh. Nice. Oh, gute Runde. Ja. Ja, das war tatsächlich eine gute Runde. Sieben und fünf. Okay. So, jetzt wird der Bill weitergelevelt. Ich will gar nicht so hochkommen mit dem Rang. Äh. Ja. Kenn ich. Ist doch kacke. Okay. Zurückgelassen. Ja, aber diesmal habe ich die Glyphe auch nicht gefunden. Ich sollte mehrere rumlaufen und die Glyphe suchen. Ja, aber es ist doch immer nur eine einzige. Ja, ja, klar. Aber es gibt auch mehr Blutpunkte, 10.000 mehr Blutpunkte als die anderen. Hm.